Was kommt denn jetzt hier? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Munition wird flöten. Teddy Bear. Monokoff-Cocktail, da kann ich aber nicht aufsammeln. Meine Kätzchen, du hast meine ganzen Babys umgebracht. Du hast meine Freunde auf den Hals. Der war ein ganz Scheußbücher. Aber ich glaube. Ach jetzt, das verdammte Foto, zack, zack! Das war jetzt nicht so einer, den ich fotografieren musste, oder? Sonst würde der ja, glaube ich, leuchten. Ich mach mal ein Foto. Sicher, sicher. Aha, ich bin also ein Engel. Willkommen im Zirkus der Werte. Hier gibt's nicht das, was ich brauch. So, hier war ich ja schon. So, der schon wieder. Geht aber keine kleine, die dann am Ball rauskommt. Ich glaube, ich muss erst mal runter an die Automaten. Ich brauch neue Munition, hab ich gemerkt. Hier geht die Munition irgendwie flöten. Was haben wir denn hier so? Ja, hier gibt's Schrot. Das ist schon mal gut. Scheiße, da wäre es rausgegangen. Das ist schon mal gut. ja geht doch war trotzdem so teuer ist aber echt teuer hier war es schon immer so teuer nur ist mein geld fast leer brauche ich doch geld ja 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 Scheiße, da gibt es nichts mehr. Willkommen im Zirkus der Werte. Oh, okay. Hey, das soll angeblich nicht so stark sein. Äh, nicht so heftig sein. Hm. Was soll das? Ich komme doch gar nicht hoch. Oh, doch. Okay. Hey, Glück gehabt. Oh, okay. Okay. Okay, da geht's nicht runter. So, wir schauen jetzt erstmal hier unten weiter, da ist geschlossen. Okay. Wie schön sind wir Kunst. Immer muss die schöne Musik hängen. Ich kann den Schalter betätigen für Notfall. Okay. Oh, da auch nicht. Okay. Okay. Der war wohl böse. Oh. Machen Upgrade. Magazin Größe, Rückstoß, Verringerung, Schadensteigerung. Armbrustbolzen, Bruchwahrscheinlichkeit. Automatische Spannungsjustierung verhindert stark die Wahrscheinlichkeit, dass Bolzen auf einen Schlag brechen. Okay. Schaden ist mir ne gute Sache. So. Oh. 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 Da ist er da hinten doch tatsächlich aufgestanden. Und warum erreicht mich noch das Spotlight? Like. Ja, das die jetzt alle weg sind, war mir klar. Das heißt, ich habe neue Gegner. ich glaube dass oben das haben wir mitbekommen ich glaube da kann ich gebrauchen kommen wir mal freund du kannst mir ach da ist geschlossen hier ist offen ok wenn man allein ist ich kriege die zeit dahin ich brauche ein bisschen gesellschaft steigen hilft mir schau das ist schon alle gesellschaft die können die draußen sein ok der geht nicht aua aua die 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 nicht die nicht Was sind die denn? Verstehe ich nicht. Oh jetzt habe ich Wodka gesoffen. Äh. Okay, habe ich jetzt so gesehen nichts mehr gesehen? Okay, jetzt können wir eigentlich nur noch hier nach rechts. Dann schauen wir mal nach, was es hier noch so gibt. Ach komm, ich habe Bock. Ich weiß es, ich muss eigentlich ganz woanders hin. Okay. 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 Okay.